Meine sehr verehrten Damen und Herren, SIRK, mein Name, hier am Stuttgarter Hauptmannhof für Scyz, den Album beteiligt Blint, aus Leonberg, der King. Yeah, der Liner Baby, Stuttgart Ost. Grüße an meinen Homie Scyz, checkt alle sein neues Album, Blint, da geht einiges, peace out. Scyz, der Hodensack. Heyo, was geht ab, hier ist an die Tables, checkt das neue Album, Blint von meinem Mann Scyz. Hallo Welt, mein Name ist Blankowitsch, der beste Mann vom gestrigen Abend und ich hab gerade meine Chatroulette-Sucht einer Sekunde lang unterbrochen, um euch das Ding blind von Scyz ans Herz zu legen. Der hat da wieder was richtig Schönes gemacht, ich bin hellauf begeistert, nur ziemlich verkatert und gönnt euch böse, Alter, gönnt euch einfach böse. Yo, hier ist euer neuer Lieblings-FC, OG Benni-san und bis mein Album am 9.9. kommt, das übrigens OG heißt, zieht ihr euch gefälligst blind von meinem Homie Scyz rein, ok? Beste Untergrundplatte, die ich seit Ewigkeiten gehört habe, ok? S-A-I-Z Scyz, Blind, Unterladen, Gratis, Bombe, Teilen, jedem geben, deiner Mutter, deiner Tante, deiner Freundin, deiner Schwester, egal, sollen alle hören. Hier ist der Todokai und ihr hört jetzt an das Album vom Scyz und das heißt Blind und am besten esset ihr einen Amerikaner mit Zuckerguss und dann wird ihr dann nämlich selber nicht blind. What's crackin', what's crackin', this hier ist Mad King or Cousaden, gebt euch das Album Blind von meinem Bruder in Rhyme Scyz. Was geht ab, das ist nur 7 F-Beats aus Stuttgart und das geht raus an meinem Bruder Scyz mit seinem neuen Album Blind, auf dem ich auch mit Fabiats vertreten bin. Gebt euch Spöss, Peace! Yo, was geht, das ist Spain, Leonberg City, gebt euch das Album von meinem Bruder Scyz, Blind, Übershit, yo. Yo, was geht ab, das ist Scyz aus der Brücken, ich grüße an der Stelle diesen einen anderen Scyz da aus Stuttgart. Der Junge hat ein Album gemacht, Blind heißt das Ding, Weltklasse Album und wenn ihr euch das nicht reinzieht, könnte es passieren, dass ihr für Sprit eure Mutter ficken müsst. Denn dann müsst ihr an mir vorbei. Ja. Scyz, den hab ich auch mal auf YouTube. Ja, was geht ab, hier ist Greg Pipe. Checkt den Homie Scyz aus Leonberg, Blind, da gibt's Punchlines und Masse um die Augen, alles klar? Yeah. Yo, 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 was geht ab, meine Freunde, hier ist Ara. Ich hab heute ein krasses Teil gehört von Scyz. Checkt euch sein neues Album ab, Blind nennt sich das. Ist super geil, also checkt das ab und viel Spaß. Yo, was geht, Leute, hier ist Ander Anderle und das ist mein Homie. Mr. Rob. Yeah, und wir haben uns das Album vom Scyz angehört und wir finden das auf jeden Fall fett. Ich weiß nicht, Mann, ich will das Album. Ne, Mann. Ey, musst du unbedingt, Alter. Ich will das Original gesigned. Alter, du hast keine Ahnung, was die geile Punchlines, Alter. Was verbiefst du uns? Ich will das Original gesigned, Mann. Alter, das ist Scyz, Mann, was kommt so raus? Ich komm's an Abend, kein Team. Alles klar? Aber hey, check ab, ich will das gesigned. Also, checkt euch das Album vom Scyz ab. Das ist das Album meistens blind. Und ja, wir sind draußen, oder? Das ist mein Sunder. Okay. Scyz hat, ganz einfach ein Album released. 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 Sei es mit Beats oder mit Features. Vielen Dank an alle Leute, die mein Album geladen haben. Vielen Dank an alle Leute, die es noch laden werden. Vielen Dank an alle, die es verbreitet haben. Vielen Dank an alle, die auch ein bisschen die kleineren Leute, die das unterstützt. Und ja, ich hoffe, wir können immer so weitermachen. Alles zum nächsten Mal, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.